Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Minecraft. In dieser Aufnahme-Session probieren wir, ein Cave zu erkunden und Ressourcen zu farmen. Das sieht so scheiße aus. Ja gut, dann lass uns mal loslegen. Außerdem, wir haben ein neues Texture Pack, wie ihr seht. Das ist eine Mischung aus dem Misa Texture Pack. Und dann außerdem noch von diesem Herr Sommer und, ich muss kurz nachgucken, und meine Kraft, genau. Also daraus eine Mischung und ja, ich hoffe, euchs gefällt. Euchs gefällt, genau. Also ich kann heute wieder perfekt reden. Du hast deine Krankheit auskuriert. Genau. Jungs, irgendwie direkt schon in diesen einen Cave. Also ich hab ja hier schon mal vorgemuddelt. Boah, warum hängt Minecraft denn so bei mir? Ah, los geht's. Okay, weiter geht's. Ähm, ja. Los geht's. Kurz ein bisschen schwimmen. Ein kleiner Privatflohmarkt. Oh. Alle. Kommt hier. Ja, wir sind unterwegs. Tobi, kennst du eigentlich die verschiedenen Texture Packs? Nö. Nicht? Also ich hab, wie immer, keinen Plan, aber ich werde es mir später angucken und es bestaunen. Komm mit, komm mit. Mit, komm mit, komm mit. Komm mit, komm hier runtergehen. Ah, hier hast du dich schon runtergebrochen. Lalalalalalalalalala, ich bin Kamerageil. Lorenz. Junge, wie weit wollen wir denn noch runter? So, ähm, ist da unten jetzt schon ein Cave? Hier ist ja noch gar nichts. Und jetzt? Jetzt wurden wir weiter. Oh, ich dachte... Nein, oder? Ich weiß nicht. Weil... Ah, 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 ich hab was gefunden. Erstes Eisen. Erstes. Alle sind Eisengallen. Komm, wir bodeln jetzt einfach. Also ich mach mal Licht, ne? Ach genau, Tobi, du bist heute unser Licht... Oh. Ähm, unser Lichtmacher. Ich hab Kohle gefunden. Wer als erstes ein Cave-Flet ist cool. Okay. Okay, das ist jetzt ein Haus. Alles trotzdem beieinander bleiben. Äh, mein... Recht, danke. Klob mir doch nicht alles. Ich hab doch schon nichts. Ah. Irgendwer hat mir mal erzählt, dass nach Erden Cave kommen sollte oder sowas. Also... Also... Ich hab... Wir sind jetzt genau auf Höhe 16 wegen Diamanten, ne? Ich bin bei mir leuchtet. Ach so. Ich dachte schon, ist auch immer fair ist Lava oder so hier, aber Tobi hat nur eine Fackel gesetzt. Mal wieder der Tobi hat. Ja, ja. Wie war er eigentlich bei euch, äh... Oh, was ist das, was ist das? Ich muss gucken. Ich hab irgendwas... Komm zu mir, komm zu mir. Ich hab, glaub, Redstone gefunden. Hat jemand eine Iron Pickaxe... ...Cave gefunden. Hat jemand... ...Hat jemand eine Iron Pickaxe dabei? Ich hab, äh, Redstone gefunden. Nein. Scheiße. Ähm, ja. Das können wir auch später holen. Ja, wir können jetzt auch ganz schnell den Ofen bauen. Und, äh... Ach. Holen wir später ab. Ich mach hier mal so ein bisschen was frei. Kommt ihr jetzt mal zu mir? Ich hab ein Cave gefunden. Und... Auf dem Weg. Hier... Hier... Ich hab' jetzt einen. Am besten nehmen wir auch noch ein Wasser einmal mit, wenn wir das nur hier alles. Leider haben wir nur einen Eimer. Und den hab ich. Ja, ich bin gut. Ich höre ein Zombie. Tobi jagt ihn. Tschö, Tobias. Tschö, Tobias. Ich hab' Angst, Mann. Glückwunsch. Ähm... 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 Davon geht's lang. Wo ist er? Ich hab' Diamant. Lalalalalalalalalalalala. Lalalalalalalala. Tobi! Hahaha. 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 Du Mann, Tobi. Nein. Tobi, dich nicht. Hahaha. Tobi! Tobi, hör auf! Tobi, hör auf! Tobi, hör auf! Man kann Diamant. Hahaha. 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 Oh, Tobi. Oh, zwei. Wie viel ist da noch? Oh, hier ist noch mehr. Drei, vier... Noch mehr? Ich hoffe mal. Ne, ich glaube aber nicht. Ich geh mal ein Stück weiter. Hier ist nämlich Eisen. Ach, genau. Ich kann schon mal einen Ofen bauen. Dann machen wir uns hier mal ganz schnell. Ja, okay. Ich denke, das wird nur eine A von vier sein. Okay. Erst mal erst. Erst mal vier hat der Mann. Ähm, ähm... Das wollte ich mal machen. Ach, genau. Ja. Ach, ich hab gar keine Iron. Äh, tut mal eine Iron in den Ofen rein. Oh, hier ist so ein Höhlenwasserfall. Den muss ich mal kurz... Ey, aber hat einer schon mal eine Iron-Picke? Ne, aber... Hä, wohin rennt denn alle? Also... Ich hab hinten extra einen Ofen aufgebaut und so und ihr dann einfach weiter. Dankeschön. Ich hab hier noch Kohle. Das muss ich noch nicht. Dann komm. Okay. Ja. Äh... Ja. Tobi... Äh... Nicht in den Rawa schocken. Ich bin nur an das Eisen da vorne ran. Nein. Also ich mach sowas nicht. Ich werde immer so geschockt. Also... Warum nur Tobi? Ich weiß es nicht. Okay, ich lass es hoffen. Lass mal stehen. Lass mal stehen. Komm mit. Komm mit. Ähm... Ja. Hier schwebt ein bisschen. Oh! Nick! Nein! Da vorne. Bleib mal durch. Dankeschön. So. Hier. Tobi. Tobi. Und... Nick. Tobi war so schlau und hat hier versucht das Redstone abzubauen. Tobi, du kannst die ganzen wertvollen Sachen nicht mit der Eisen-Pickaxe abbauen. Eine Frage. Wer hat jetzt noch Iron? Weil ich hab jetzt ein Eisen. Ich hab Iron. Aber immerhin etwas. Acht Stück. Und ich hab 2. Ich hab irgendwie gar nichts. Warte laut. Lass mal. Ich nehm das dann und dann baue ich da was in den Pickaxe. Ja. Ist okay. Dann... Ich schau mal weiter und den nächsten Cave suche. Weil irgendwie... Woll ich dann das Diamant abbauen? Wollen wir diesen heiligen Moment nicht festhalten? Ja. Wir stellen uns alle daneben und feiern es. Okay. Wir machen gleich eine Headbang-Party. Wenn wir das Eisen jetzt abgebaut haben, dann machen wir eine Headbang-Party. Ja. Machen wir. Komm mit. Zum Eisen. Als ein Diamant. Als ein Diamant. Als ein Diamant. Ja. Ich hab mich versprochen. Tobi braucht wieder 10.000 Jahre. Guck. Basti drehe ich ganz herum. Der braucht 10.000 Jahre. Für um sich. So was zu können. Das ist doch wohl mein And... Hahaha. 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 Der denkt so nah an. Hm. Was ist jetzt los? Okay. Ähm. Alle Tänzer bitte auf die Tanzfläche. Wo ist die Tanzfläche? Mach ich mal so. Ich bin der DJ. Ich muss mich da draufstellen und abholen. Okay. Dann könnt ihr ja wohl mal loslegen. Äh. Diamant. Oh. Oh. Diamant. Oh. Oh. Ich hab ein Diamant. Ja. Oh. Und jetzt head back. Hahaha. Okay. Ähm. Wohin gehen wir jetzt? Weil hier vorne ist zu Ende? Geradeaus. Okay. Da vorne kommt nix mehr. Dann graben uns da hinten einfach weiter. Da war ich schon. Da vorne kommt. Ach hier. Hier geht's doch. Weiter. Nein. Hier geht's nicht weiter. Ich hab hier jetzt einfach hier weiterbauen. Hier ist Redstone. Ich baue das mal auf. Wie viel Redstone ist eigentlich hier? Redstone ist doch immer. Keine Ahnung. Das ist nicht selten. Aber früher schon oder? Ja. Geh ne einen. Dann war ich früher an der Lupe. Hab's nie gesehen. Aber jedenfalls. Seit der Wut war's genauso schade. Nein. Nicht so schlecht. Also. Eisen. Ähm. Hat jemand Eisen für mich? Drei. Oh. Labe. Hahaha. Watt. Watt. Ich komm. Soll ich gleich wiederkommen mit dem Wasser holen? Ähm. Wenn du möchtest. Wasser einmal brauchen wir eigentlich. Tobi. Geh mal drei Eisen. Bitte. Olau. Ja. Die Gründe. Schieb sogar vier. Auch gut. Aber. Okay. Dankeschön. Lop. An dieser Erde. Bis nichts. Ich hab ein guter Riechen. Das ist hier. Aber wir sind schon auf zwölf. Sind schon nicht zu tief. Vier. Ein bisschen. Richard Zombies. Auf nach rechts. So. Ähm. Oh. Hier ist ja sogar noch was. Ich mach mal ein bisschen. Ah. Hat jemand noch Kohle? Äh. Kohle. Ich hab noch 15 Kohle. Ich hab Bluestone. Bluestone. Ha. Alles auch gut. Also. Bluestone ist richtig selten. Das kenn ich nämlich noch gar nicht. Tobi. Helium. Ich hab eine מדle. Viele t 판매. Ogşeseseseses. 왜 ob ich sichten